Äh, es macht mich wundern, wie ich diese Türe öffnen soll. Lässt sie nicht bewegen. Ah! Hm. Seems like a plan. Gut, wir haben einen Stuhl. Stuhlgang des Todes. Nein. Okay, das wird nicht funktionieren. Das ist, glaube ich, nicht so gedacht. Wie zur Hölle habe ich denn das gemacht?